Gibt es einen Unterschied zwischen Motte und Schmetterling? Mal überlegen, wer taumelt denn nachts um nackte Glühbirnen herum und wer flattert tagsüber von Blüte zu Blüte? Schmetterlinge, du kannst auch Tagfalter zu ihnen sagen, sind wild und bunt gemustert. Also Popstars der Insektenwelt, wenn du so willst. Aber hast du schon mal eine Motte gesehen und gleich gedacht, ach Mensch, ist die hübsch? Die sind doch eigentlich mehr so wie ich, also glücklich, wenn es dunkel ist. Die heißen darum auch Nachtfalter und sind weniger bunt. Manche aber schon. Kennst du den Atlas-Spinner? Ist das jetzt auch ein Schmetterling? Na, genau genommen schon, denn Motten gehören zu den Schmetterlingen. Tagfalter, Nachtfalter, der Name ähnelt sich nicht umsonst. Bei Licht siehst du noch mehr Unterschiede. Die Fühler von Schmetterlingen zum Beispiel haben am Ende so kleine Keulen. Die von Motten sehen manchmal aus wie Federn oder Fäden. Wenn sie sich ausruhen, dann liegen Mottenflügel flach. Bei Schmetterlingen stehen sie so hoch wie Segel. Egal wen du vor dir hast, beide sind wichtig fürs Ökosystem.